Während die freien Völker Mittelerdes mutig gegen Saurons Armeen kämpfen, liegt das Schicksal ihrer Welt in den Händen zweier Halblinge, die sich im Schatten des Turms von Kirith Ungol einen Weg nach Mordor bahnen. Ja, so ist das. Willkommen meine Freunde zurück bei Let's Play Herderinge Schlacht um Mittelerde 1. Wir haben letztes Mal ein paar Gebiete hier gesäubert, sag ich mal vorsichtig, weil die schon wieder befallen sind von irgendwelchen Ungeziefern. Aber naja, die Rohirrims sind immer stets hinter uns. Naja, fast. Und heute geht es weiter mit Frodo und Sam in Kankraslauer oder so. Frodo Beutlin ist in Kankrasreich verschwunden. Nun muss ihn sein treuer Freund Sam finden, damit die beiden ihre Reise haben. Fortsetzen und Mittelerde vor der Unterwerfung durch Sauron bewahren können. Ich habe Böses in Erinnerung bei dieser Karte. Hier entlang! Eilt euch! Kommt, eilt euch! Dummer, fetter Hobbit! Herr Frodo! Dummer, fetter Hobbit! Sucht Frodo in Kankrasreich! Suche Frodo, Sam, der darf nicht sterben! Okay. Alles klar. Sam, Stufe 6, Alter? Was geht denn mit dem? Krass. Überlasst sie mir! Darauf habe ich gewartet. Gut. Befreien wir mal den Soldaten hier aus seiner miserablen Lage. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Da kommen schon die nächsten Kackspinnen. Ich habe ein bisschen was am Sound gedreht. Herr Hobbit, helft mir meine Kameraden zu finden. Ich muss wissen, ob sie noch leben. Ähm, ich hoffe, es ist... Ja, ich hoffe, es ist nicht zu laut oder so. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Hilft mir den Soldaten, seine Kameraden zu finden. Ja, gut, das werden wir machen. Da stöhnt der so rum. Boah, stellt euch vor, ihr hättet so Spinnen im Zimmer oder so. Hey, da würde ich Amok laufen. Ja, geduldet dich, mein Lieber. Oh, das sind noch mehr. Das sind ja noch viel mehr. Das ist ein Schatz. Mein Schatz. Oh, die Bogenschützen, äh... Muss man sagen, sind gut hier jetzt, ne? Gegen Spinnen, denke ich mal. Hoffen wir es einfach. Und ich glaube, ich kann mich noch erinnern, was am Schluss auf uns wartet. Weil, wieso gibt's hier Rohstoffe? Da muss man ja bestimmt was bauen, dann. Bitter, bitter, aber egal. Haltet aus, ich komme! Wir werden das Pferd schon schaukeln, irgendwie, ne? Schaffen wir. Ist kein Thema. Kein Ding. Sie werden diesen Tag verfluchen. Okay, das ist... Also gut. Wo geht's denn lang? Hier geht's... Es ist so dunkel alles. Ich bin schon da. Hoah. Hoah, mehr. Woher her? Ah, hier sind überall, überall diese Kackspinnen und überall diese Gefangenen. Vorsichtig, sonst sehen sie uns. Meinst du? Meinst du, sie sehen uns? Meinst du? Oh. Überlass sie mir! Komm schon, du schaffst das! Vermarsch! Ist hier noch einer? Ist so dunkel hier, also ich hoffe, ihr seht was auf YouTube. Hierher! Sonst ist es ja mal ein dermaßen Fail, da... Sie werden diesen Tag verfluchen. Da wäre der Hund in der Pfanne verrückt, ne? Ist es einfach... Nee. Halt durch, Herr Frodo! Ich komme! Komm schon! Schneller! Wir suchen einfach jeden Winkel ab und dann läuft, oder? Dann können wir nichts falsch machen. Sie müssen aufpassen. Weiter! Weiter! Aha. Lasst mich runter! Haltet aus! Ich komme! Bitte, schneidet mich los! Ja, jeder ist mal dran. Hinten anstellen, bitte. Oh, scheiße, ein Troll! Nein! Verlass dich! Mist! Jetzt habe ich jetzt nicht erwartet, dass hier ein Troll ist. Hier lang! Ah, jetzt haben wir schon zwei Truppen verloren. Es geht da gut los. Wenn jetzt auch ein Troll kommt, dann war es das. Hier lang! Bringen wir es hinter uns! Ui! Stufe 7! Puh! Holt mich runter! Ich hänge fest! Haltet aus! Ich komme! Komm, wir heilen lieber mal. Das lädt ja wieder auf. Nicht, dass wir da irgendwie noch sterben oder so. Lieber ein bisschen vorsorgen. Hm? Ist am besten. Ach ja, was gibt es Schöneres, morgen frei zu haben? Beziehungsweise heute. Schöner Feiertag heute. Der 9. Mai. Aber es gibt ja einige, die auch heute arbeiten müssen. Das ist leider bedauerlich, aber... Kommt auch vor. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wer heute arbeiten muss. Das ist... Beziehungsweise am 9. Mai. Na gut, bis dahin ist schon... Schneller! ... schon eine Woche um, bis ich das hochgeladen habe. Haha! Schneller! Halt mich raus! Ich muss mir einen Weg bauen. Plups! Wir bauen Schwertkämpfer. Ja, wunderbar. Los jetzt! Wir können hier kein Nickerchen machen. Da oben waren wir da schon. Sieht nicht so aus. Schneller! Zurück, du stinkende Bestie! Also gut. Wir müssen aufpassen. Waren wir hier schon? Ja, waren wir. Dann geht es also hier lang jetzt, ne? Weiter! 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 Verschont niemanden! Hier entlang! Nie, damit die sind scheiß Spinnen. Schneller, Samwise. Schneller! Oh, hier sind noch ein paar. Lass mich runter! Lass mich runter! Alter, wie viel Spinnen hier sind. Ich helfe euch! Okay, es sind auch vier Soldaten, ne? Bitte schneidet nicht los! Wir sind schon dran, mein Lieber. Ich helfe euch! Da ist noch einer! Ja, da sind noch mehr! Sie werden diesen Tag verfluchen! Ich muss ihn retten! Ich kann mich nicht bewegen! Helft mir! Hut mich runter! Da ist noch einer! Das war's dann hier. Ist Sackgasse, ne? Sie werden diesen Tag verfluchen! Ne, hier geht's weiter. Aber was ist denn da unten? Ich hoffe, da ist nichts irgendwie, was ich bereuen werde, dass ich das nicht mitgenommen habe oder so. Hier sind auf jeden Fall mehr. Das ist natürlich gut. Behaupte ich einfach mal so. Ich kann mich nicht bewegen! Ich helfe euch! Da oben ist Gollum. Kommt, Hobbits, kommt! Wir gehen schnell! Los jetzt! Wir können hier kein Nickerchen machen! Aber ich glaube, es geht erstmal... Wartet mal. Verlass dich auf mich! Gehen wir erstmal da hin. Ja, wir haben schon eine kleine Armee aufgebaut jetzt, ne? Ich will nur helfen! Hier waren wir schon, wie's auch... Ah, das ist dann... Okay. Ja, okay, alles klar. Aber was ist da unten? Das ist... Ist da unten überhaupt was? Oder kann man da überhaupt langen? Oder haben wir ausschließlich mal alles korrekt gemacht? Was ja sehr selten ist bei uns, aber... Im Endeffekt ist es ja meine Schuld. Ihr könnt ja nichts dafür, ihr guckt ja nur zu. Wie die zugucken. Aber na gut, na gut. Ich werde mein Bestes geben, um durch diese bösen... Tunnel... ...zu kommen. Drauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Und dann zum Tunnel. Schnell! Schnell! Äh... Fuck! Shit! Kacke! Ist die stark? Die ist stark. Sam! Du machst den meisten Damage. Los! Hilfe! War das zu früh? Nee. Das war genau richtig. Hoffentlich. Komm, 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 komm. Ja, Mann! Geht nach Kirit Ungol. Findet Frodo. Also, ohne diesen Heilzauber wären wir jetzt gestorben. Hoppla. Muss sie durchschneiden. Ja, wie erwartet... ...Kirit Ungol. Die Festung. Verlass dich auf mich. Darum brauchen wir auch die Schätze überall. Hierher! Schneller! Wir müssen aufpassen. Für Herrn Frodo! Und guckt, was wir da gefunden haben. Außer Spinnen. Komm schon, da ist noch einer. Nämlich sau viele Schätze. Schneller, Samwise. Schneller! Und viele Truppen. Haltet aus! Ich komme! Haltet aus! Ich komme! So lässt sich das Leben, hä? Schätze. Kostenlose Truppen. In einer scheiß Höhle. Samwise lässt dich nicht im Stich. Was gibt's Schöneres? Ich will nur helfen. Muss sie durchschneiden. Hör aus, natürlich ein Feiertag. Los jetzt! Wir können hier kein Nickerchen machen. Ich muss ihn retten. So, haben wir alles. Nicht, dass wir hier jemanden vergessen haben. Los jetzt! Wir können hier kein Nickerchen machen. Mir nach! Ihr habt den Gong gehört? Gyyy! Das ist eine Nebenmission, die wir jetzt erfüllt haben. Und ich denke, die Schätze können wir auch mal noch mitnehmen hier. Wenn die schon so hilflos da rumstehen, also... Hierher! Habe ich persönlich nichts dagegen? Weil wir haben ja schon 7000 jetzt. Wow! Mir nach! Hierher! Komm schon! Und jetzt einfach raus aus der Höhle und dann... Oh Gott, nee. Wenn ich das schon sehe. So ist... Wir müssen diesen Führposten zerstören, damit wir einen Stützpunkt errichten können. Oh, cool. An mir kommt keiner vorbei. Jetzt können wir uns entweder sehr dumm anstellen oder sehr klug. Oder kann man hier Gehäfte bauen? Das ist mir jetzt entgangen irgendwie. Oder kommen noch mehr? Los, ihr Männer Gondors! Zerschlag die feindlichen Reihen der Orks! Ich hoffe, das war's. Dann noch die Feldarbeiter, beziehungsweise Holzfäller. Yay! 800 bloß. Okay. Eine Schmiede. Einen Brunnen. Und eine Kaserne. Die Schmiede erstmal für Rohstoffe. Die gibt ihr auch ein bisschen. Aber... Was wir eher brauchen, sind echt Truppen, ne? Heilt euch erstmal hier. Die neue Kaserne ist bereit. Die sind jetzt sehr billig zum Glück. Oh, da können wir ja ein Paar bauen, ey. Also ein Paar. Ein Paar Truppen. Kein Paar. Ein Ehepaar. What? Ja, und sonst so? Alles lässig. Cool. Na gut, dann stellt euch schon mal bei der Brücke auf. Da darf keiner mehr durchkommen. Ich hoffe, die haben keine Trolle oder sowas. Ah, jetzt haben sie noch Trolle. Und Bogenschützen auf den Mauern. Und, 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 und. Gibt's hier keinen Sammelpunkt für... Ein Sammelpunkt wär cool. Das ging doch irgendwie. Ja, ging. Cool. Oh, die Nebenmissionen. Okay. Ich finde alle Schätzchen, kann Kankersort, Bonus, benutze die. Okay. Komm schon, Sammelweis. Du darfst Ten Frodo nicht im Stich lassen. Ich hab nen Schatz vergessen hier, ne? Ach, egal. Soldaten, bereit machen! Soldatenbataillon, einsatzbereit! Macht euch bereit! Kämpft! Kämpft! Bis ans Ende! Nee. Ach, keine Ahnung. Ich muss den Film nochmal gucken. Ach, wisst ihr was? Ich habe keine Geduld. Ihr bestimmt auch nicht, Daumen? Machen wir mal einen kleinen Angriff. Und gucken mal, wie wir uns schlagen. Ja, wir sind alle verrückt, mein Lieber. Angriff, Männer! Ja! Ja! Toot! Ei! Das sind viele, ne? Alter, ein bisschen sehr viele. Wir werden angegeltet! 400, machen wir mal 3. Oder 4. Oder 5. Wir haben ein paar weggelockt. Das ist gut eigentlich, ne? Wir werden angegriffen! Hierher! Zum Brunnen! Macht euch kampfbereit! Wir schützen den Weißen Turm! Wir werden angegriffen! Macht eure Waffen bereit! Hey! Hey! Passt auf! Aber die sind gut! Formation halten! Wir schützen den Weißen Turm! Vorwärts! Macht eure Waffen bereit! Ha! Okay! Die Schmiede gibt ja ein bisschen, ne? Wo kommt denn der her? Wo kommt denn der her? Alter, wo kommt denn jetzt der her? Ach, der... Ach, der... Wir schützen den Weißen Turm! Kommt der vor der Höhle? Ich will nur helfen! Bleib Wasser! Unsere Gruppen werden angegriffen! Zusammenbleiben, Männer! Hm. Wäre doch gut zu wissen, wo Wunde der jetzt kamen. Wir haben die Kaserne verbessert! Soldaten! Wir schützen den Weißen Turm! Macht eure Waffen bereit! Die greifen jetzt sauerhaft an, wie es aussieht. Oh, und die Trolle machen mir ein bisschen Sorgen. Kopf zerbrechen... Aber sonst... Alles im Grünen. Alles im Grünen. Wie die Grünen! Ha! Ha! Wo gehen die denn mal hin? Sommers lässt dich nicht im Stich. Hier lang! Macht euch Kampf bereit! Vorwärts! Wir schützen den Weißen Turm! Okay... Wenn wir theoretisch das alles gemacht haben, können wir das ja abreißen, oder? Bleib Wasser! Oder wir reißen den Brunnen ab und... Ich will nur helfen! Obwohl immer das sehr riskant ist, ein bisschen. Wir schützen den Weißen Turm! Aber wir bauen erstmal Bogenschützen, wie es aussieht. Ach, das gibt ja noch einen Bonus! Wasserbonus! Geringere Kosten für Infanterie. 2 Brunnen 20% 3 Brunnen 30% Das habe ich gar nicht... Das habe ich gar nicht... Das wusste ich gar nicht, dass es geht. Und hier? Geringere Kosten für Upgrades. Gut, das mit dem Rang, mit dem Bautempo... Das ist klar, das war klar, aber... Wir haben die Schmiede verbessert. Oh, sehr gut. Komm, mach mal alles in Upgrade rein. Ist egal. So, aber dann... Soll ich... Ich mache einen zweiten Teilausgang, Kraslauer, ne? Weil die folgen uns immer so lang und... Ich will euch das nicht antun, 40 Minuten hier meine... Miserable Stimme zu ertragen. Daher schneide ich ihn mal kurz und bis... Gleich! Bis zum nächsten mal! Tschüss! Tschüss!